Oah, da steht sie. Kann ich hier rüberspringen? Oah, du bist so ein Honk! Hau ab! Die sieht mich doch, oder? Nein, geh weg! Alter, jetzt kommt sie da rum. Was machst du? Oh, ey! Was ne Olle! Ähm Ähm Ja super, das ist ein tolles Versteck hier. Oh, warte mal, kann ich die Kiste ziehen? Ja Ich muss der jetzt hinterher Ja, sei einfach noch lauter, Mono Ist schon okay Kein Problem Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist auf jeden Fall niemand Hier ist ein Schloss Bäh Dann muss ich hoch Was war das für ein Geräusch? Was ist denn das? Das ist doch hier der Deckel dazu, oder? Ah Okay, cool Hier ist noch ein Schackspiel Oh, was ist denn das? Ich glaube, der ist tot Da liegt noch so ein Kopf Auf dem Tisch Alter, das Bild Das ist bestimmt der Mann von der Giraffenhals-Tussi Ach guck mal, hier ist auch noch so ein Ding Was kann ich hier machen? Hallo? Ah Ah, okay Ich brauche also Ich denke mal, der Junge ist der Genau, der Junge ist der schwarze König Ich brauche eine Dame, einen König und einen Turm Da ist die Dame, da oben Das ist, glaube ich, ein König hier, oder? Ja, komm ich da dran Halt Ja Kann ich dich von deinem Kopf befreien? Ja, perfekt Halt Der muss nach links Achso, da steigt er jetzt aber nicht drauf Weil ich muss ja Warte mal Kann ich hier hoch? Nee Gut, okay Warte, warte Kriegen wir hin Ich brauche ja sowieso noch den Turm Kann ich den jetzt nochmal abnehmen? Ja, ne? Ja, perfekt Dann nehme ich den nämlich erstmal als Plattform Ich hoffe, das geht Ja, super Dann kann ich den hier nehmen Du musst den auch festhalten So, der kommt da drauf Der kommt Hier hinten drauf Nein, du sollst nicht hochklettern Und ich muss noch erst die Dame Ähm Da hinten an dem Schrank hat irgendwas geknackt Und da ist die Lampe angegangen Aha 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 Kann ich den auch schieben? Der hat nämlich auch Rollen Seht ihr das? Aufziehen Nee Kann ich in der Lampe was machen? Okay Ah, Schalter Ah Oh, das ist so ein schlaues Kind Da liegt ein Schlüssel Und ein Hund, der pisst Der war für unten die Tür Rechts Da nix wie hin Und ich komme die alte jetzt nicht wieder Zum Teufel Zum Teufel ist Six Kommen denn da für Geräusche raus? Ach du Scheiße Jetzt gehen wir in die Schulmensa Ah, ich sehe schon Da oben muss ich hin Wahrscheinlich Ja, mit dem Wagen Kann ich den irgendwie? Ja Okay Der muss unter Die Kachel hier So sollte er langen Nein Nein, nicht Oh, du sollst da hoch Langt es? Ich sehe wieder von der Perspektive her einen Scheißdreck Ja Ja, langt Oh, nee, oder? Muss ich ihn jetzt mit der Suppenkelle erschlagen? Alter Boah, das sind noch mehr Fuck Da kommt noch einer Alter War es das? Ich nehme die Suppenkelle lieber mal mit Wo muss ich mich ducken? Da komme ich nicht weiter Wo guckst du hin? Zu dem Ist das ein Hut? Das ist ein Hut Ah, okay Ich raffe Komme ich so an den Kids vorbei? Ohne dass die mich Okay 3, 2, 1 Wir probieren unser Glück Ja Scheint zu klappen Alter Was die hier Eine Randale schieben Oh Das ist ein Porzellankopf Ich darf den Leuten hier nicht zu nahe kommen Verhalte dich unauffällig Unauffällig Was macht der mit dem Drecksack Übrigens wie raus hier Alter Was ekelhafte Belger Da sitzt noch einer Unter dem Papierkorb Oder Komme ich da durch? Nee Ah, die kommt nicht hinterher Ein Glück Ein Schalter für die Tür bestimmt Irgendwas gegenwerfen Ja, aber am besten kein Gucken Gucken, ob ich hier oben Irgendwas finde Super, hier stehen nur Gläser rum Ich habe keinen Bock Warte mal, wir versuchen mal was Mal gucken, was passiert Okay, sie kommen nicht Aber ich gehe trotzdem mal weiter hoch Vielleicht muss ich auch hier oben lang Alter Da über mir hängt noch eine Schlinge, oder? Ach, da muss ich jetzt dran Oh Gott, ob die Perspektive wieder stimmt Okay, alles klar Ist das ein Gehirn in dem Glas? Das könnte ich werfen Jetzt kommt aber keiner nach, oder? Was ist das hier für ein Haken? Was mache ich mit dem Haken? Nix Ähm, jetzt Okay Ich gucke mal nach dem Gehirn, ob ich das Alter Äh Oh, Gänsehaut Hört mal Kann ich das Kann ich das werfen? Ja, perfekt Alter Auch Oh, ich verstehe Oh Was war Lass mich raten. Ich warte noch eine Runde. Ne, wo geht's denn jetzt hin? Habe ich mich jetzt gesehen? Kommt zurück, oder? Kommt die zurück? Da sind lauter Frösche in dem... Ich glaube, die kommt nicht mehr zurück, oder? Wollen wir es probieren? Ihhh, da sind auch Hände im Glas. Was? Was treibt die da? Die sieht mich doch, wenn ich jetzt hier vorne langlaufe, oder? Oder nicht? Alter, da steht die Diele hoch. Ich bin mal lieber außenrum. Bleibt die da? Alter, ich muss auf den Tisch drauf. Ich muss da... Nicht dein Ernst. Wie soll denn das funktionieren? Da... Links an dem... Hier kann ich, glaube ich, hoch. Ihr seid doch bescheuert. Schweiß? Ja... Sie hat mich gefressen. Wie soll denn das funktionieren? Ach, jetzt macht das Herz gar nicht dran, oder was? Ja, super! Danke! Die darf mich keinesfalls sehen. Weil das Regal hoch schaffe ich es nicht. Das war zu knapp, glaube ich. Nee, geht. Das war's.